recht markante kompositionen aus den 60ern spielte ich in den vergangenen wochen meine freunde nah und fern im in und ausland gehen wir ein paar jahrzehnte zurück in die zwanziger dreißiger jahre treffen wir auf titel die eventuell nicht mehr so geläufig sind ein musikalisches rätsel aus der guten alten zeit das macht den anfang ja ich spiele jetzt ein medley das aus vier stücken besteht und ihr soll herausfinden wie die einzelnen kompositionen heißen freue mich schon jetzt auf antworten und hier kommt das medley so 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 wenn es euch gefällt. Und bis dahin, meine lieben Freunde, also bis zum nächsten Mal, da wünsche ich euch was.